Wir waren heute so sprachlos, da der Mitarbeiter an der Kasse seine Arbeitsbekleidung verkehrt herumtrug und seine Kollegen ihn nicht darauf hingewiesen haben. Ich und meine schöne Schnalle ziehen uns 80 Nuggets hier in Halle. Schimmelburger waren lecker. Tut mir leid, aber ich kann bei Ihnen nicht mehr kaufen. Der Laden ist viel zu klein. Die Mitarbeiter sprechen einen mit Du an, so als treffe man sich jede Woche zum Bier. Total unangebracht. Sehr nettes Personal. Die süßen Mäuse. Tabletting nicht vorhanden. Ich war mit meinen Freunden letztens in diesem Etablissement, um etwas kurz zwischen die Kiemen zu hauen. Auf jeden Fall haben wir uns den restlichen Abend brüderlich das Keramik geteilt und haben noch nie so eine körperliche Dämonenaustreibung erlebt wie nach diesem McDonalds Besuch. Empfehlung müsst ihr wissen.